Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es ja bestimmt schon unten gelesen, was auf euch zukommt. Und zwar die 3 Minuten Make-Up Challenge. Ich wurde zwar nicht getaggt, ist auch nicht weiter wild, ich mache sie trotzdem mit. Ich habe mehrmals schon gelacht, als ich die Videos gesehen habe, weil ich, ich weiß nicht, also 3 Minuten, das ist sowas von unrealistisch für mich zu schaffen. Und deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Ich wünsche mir sehr viel Glück. Ich bin mal gespannt, wie weit ich komme. Timer habe ich schon gestellt und ich würde sagen, auf geht's. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich dabei reden kann. Ich nehme als erstes von Clinique einfach nur eine getönte Tagescreme, so ein bisschen. Ich darf nicht so lange mich mit dem Make-Up, ach scheiß drauf, aufhalten. Scheiße, ich habe gar keinen Spiegel. Oh Gott, ich ziehe meine ganze Haut. Tja, so ist das, wenn man nicht dran denkt, sich auf einen großen Spiegel hinzustellen. Normalerweise brauche ich schon 3 Minuten nur, um meine 3 Meter Augenringe abzudecken. So, naja, was soll's. So, oh Gott, scheiße. Also letztes Jahr gab's ja die 3 Minuten Make-Up Challenge. Äh, die 5 Minuten Make-Up Challenge. Das fand ich ja schon schwer. Aber 3 Minuten... Ich meine, ich würde das schaffen, wenn ich kein Make-Up nehme, einfach nur so ein bisschen Wimperntusche, einen knalligen Lippenstift und das war's. Aber, huch, nein! Oh Gott, ich wollte gerade ein ganz blöses Wort sagen. So, ich schmeiß das jetzt einfach alles hier hin. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. So. Habt ihr das schon gemacht? Würde mich sehr interessieren, ob ihr es einfach mal spaßenshalber, auch wenn ihr keine Videos dreht, aber ob ihr das auch schon mal gemacht habt. So, ich schmier mir jetzt ein bisschen Glash in eine Gusch. So. Och, ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingucken will. Lächeln. Ich glaub, das war ein dick zu viel. Scheiße. Oh Gott, ich hab von einem zu viel. Was mach ich dann als nächstes? Augen. Zack. Ich zeig euch gleich nochmal genau, was ich genommen hab. So. Einfach verteilen. So. Und jetzt, ähm... Scheiße, ich hab... Nein! Ich hab was vergessen. Tja, dann muss ich das jetzt... Wie mach ich das mal am besten? Wie viel Zeit hab ich denn noch? Ah, ah, ah. Na toll, 15 Sekunden. Wie weit bin ich denn gekommen? Ich krieg die Packung nicht auf. Nein! Ich wollte... Ah, 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 ah. Gott, wie ich aussehe. Scheiße. Hey. Okay. Ich würde sagen, ich hab die Aufgabe natürlich mit Bravo gestanden. Mann, Mann, oh. Es können doch nicht so schnell drei Minuten um sein, oder? Ja, das ist dann mein fertiger Look. So werde ich jetzt auf die Straße gehen und hoffen, dass es ein schöner Tag wird. Nein, Spaß. Ich würde einfach sagen, sonst sind drei Minuten Videos ja jetzt ein bisschen langweilig. Ich zeig euch einmal kurz, wie ich mir das theoretisch vorgestellt hab. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ihr Lieben, das sollte eigentlich der Look werden, den hatte ich mir vorgestellt, innerhalb von drei Minuten zu schaffen. Es war mir natürlich von vornherein klar, dass ich nicht alles schaffen werde und mit Sicherheit auch nicht zu 100%. Aber ich fand es trotzdem sehr interessant mal zu machen und zu versuchen. Ja, so sieht es jetzt aus. Ich müsste noch ein bisschen ausarbeiten, mal so die Pickelchen noch abdecken und meinen Sonnenbrand und ein bisschen mehr konturieren, mehr weniger Blush. Und es ist ja nichts Perfektes. Wie gesagt, drei Minuten Make-Up Challenge. Versucht es mal zu Hause am Wochenende oder so, wenn ihr mal kurz drei Minuten Zeit habt, wie schnell die Zeit dafür geht. Also ich kann es immer noch nicht glauben. Ich hoffe trotzdem natürlich, dass ihr Spaß hattet. Und was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar möchte ich natürlich noch jemanden taggen. Ich tagge zum einen die Sternchen 02211, also die Sündi. Dann tagge ich noch die Sandmilli, also die Sandra. Dann die Gabi, die Miss Minka 79, die momentan wieder im Videodreh drin ist. Und noch irgendjemanden gerade, der mir spontan einfällt. Nein. Dann wünsche ich euch einfach nur einen ganz, ganz tollen Tag. Viel, viel Sonnenschein. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin. Tschüssi.